Okay, damit geht's weiter mit Sekiro, Shadows Die Twice. So, das letzte Mal haben wir das Spiel angefangen und haben schon gesehen, wie das Ganze so laufen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das letzte Mal sind wir in der Erinnerung stehen geblieben, wo wir den Shinobi-Jäger erledigt haben. Und ich würde mal sagen, jetzt wo der Shinobi-Jäger tot ist, kann uns ja nichts mehr aufhalten, oder? Naja, mal gucken. Aber zumindest war ein guter Kampf. Wir haben den Mimikiri-Konter gelernt und wissen jetzt auch, wie wir ihn benutzen. Und müssen jetzt mal schauen, wie das Ganze so läuft. Und Xamog, vielen, vielen Dank für die Subscription. 16 Monate in Treue, in Folge. Vielen, vielen Dank. 16 Monate in Treue allgemein. Vielen Dank, genieß weiterhin deine Katzen- und Tigimodes und ja, schön, dass du weiterhin in der Erinnerung-Wilde bleibst. Wie gesagt, vielen Dank. Shadows Die Twice, or Thrice, or Some More, ja. Some Much More. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt hier so den Bereich und sind jetzt da weiter auf dem Weg in Richtung Stadt, denke ich. Also ich glaube, dass die Erinnerung noch nicht ganz vorbei ist, vor allem, da wir hier noch einen Buddha haben. Mal gucken. Dass Activision so ein gutes Spiel gepublished hat. Gruselig. So aus Versehen mal. Halten und Sprinten. Aha. Achso, nee, das ist Sprinten. Wie, jetzt lernt man ja Sprinten? Hä? Ah, nee, halten. Jetzt. Oh Gott. Ja. Nee, so seid ihr schon aggro. Ist dir bewusst, dass Wasser nicht dein Feind ist? Ja, ist mir bewusst. Hab ich auch noch mal, äh, gelernt, sag ich mal. Aber klar, Sprinten. Nicht einfach bloß Laufen, sondern Sprinten. Das ist ganz gut. Oh Gott. Deswegen wollte ich das jetzt auch mal probieren. Was das hier bringt. Wahrscheinlich sterben wir einfach. Nee, tun wir nicht. Okay. Das ist mir nämlich noch aufgefallen. Dass wir das hier einfach machen können. Wir können ja Wasser säbeln? Oh Gott. Bitte kein Wasserboss. Alles aber bitte kein Wasserboss. Äh, so. Dann hast du eine Chance, heute zu meinem Lieblings-Char bis jetzt zu kommen. Okay. Ich bin gespannt. Bin hier ganz schön weit. Was? Äh, okay. Da kommen wir nicht hinlang, aber hier. Stieg ist ein Matschweiler-Ultimate-Gameplay hier. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich muss erst mal wieder lernen, wie man... Okay. So schwingt man sich da ran. So schwingt man sich hier hoch. Okay. Da drüben kommen wir nirgendwo hin. Oh. Ähm, so. Ich muss erst mal das Spiel gerade eben wieder lernen. Deswegen habe ich mich gerade eben auch nicht mit den anderen Typen angelegt. Weil das hätte Ivi so nichts gebracht. Bist du böse? Wir können dich... Wir können dich backstabben, also bist du wohl böse. So, und so ging das mit dem Einsaugen. Yep. Okay. Perfekt. Äh, aufs Dach können wir nicht. Hier ist auch soweit nichts. Können wir uns unter den Boden schleichen? Ne, können wir auch nicht. Müssen wir bei diesen, äh, stelzigen Häusern auch immer drauf achten. Oh, oh, lauschen. Nice. Okay. aufpassen Leute, wenn Dragon backstabben kann wird er es auch tun, ja klar der wäre lieb gewesen aber boh, ich habe bei mir Blut auf das Blut auf ausgeschaltet das Intro war merkwürdig gleich ok, komisch ja, ich kann übrigens noch dazu sagen, für Leute die vielleicht nicht so viel Blut sehen wollen, beziehungsweise alle die nicht 18 sind bitte einfach wegschalten, oder auf eigene Gefahr schauen ja, ok ja, yes na also, das war das war nicht so wirklich gewollt also, es war gewollt, aber es war nicht perfekt ausgeführt hat aber trotzdem funktioniert der Dings der Mimikiri ist ja auch schon relativ einfach, ne, muss man sagen Gokans Konfekt, ok, die Konfekte müssen wir auch irgendwann mal benutzen ah, wieso denn schon wieder einer Gott, es kommen hier, oh Gott du siehst nach so einem teilweise ähm nach so einem teilweise Miniboss aus wie er spammt, ne ich meine, ist ja gut für mich aber es ist schon heftig der Spam ist real ich dachte jetzt nicht, dass jeder ein Shinobi Killer wird ich wollte gerade sagen, darf ich dich bitte zu Tode töten dankeschön ach, ist doch harmlos und vielleicht zum neuen Mortal Kombat ja, gut voller Geldbeutel ein Geldbeutel, der vor lauter Zen überquillt kann verwendet werden, um die Zen im Inneren zu erlangen so schwer, dass er selbst den Wolf ein Lächeln abbringt ja, haha, sehr schön die Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren nice und wenn irgendwas diesen Kerl hier zum Lachen bringt dann muss es schon sehr, sehr toll sein okay äh, man hört den R1 Button Smash des Minibosses bis hierhin ne, äh, nur Mikiri nicht, äh, Mimikiri, glaube ich ja, das kann gut sein äh, Mibobalong der Seelen okay ähm ich weiß bloß, dass es nicht Mimikiri ist daran muss ich die ganze Zeit denken aber es kann, äh, Mikiri sein, ja wir schauen gleich nochmal nach ein Mibobalong voll Urquellwasser getränkt mit dem Segen für verstorbene Seelen lässt man ihn platzen und betet erhalten alle, auf denen das Wasser spritzt zeitweise mehr Auferstehungsmacht der ältere der Mibobalongs äh, der älteste der Mibobalongs den die Mibopriester als Friedensangebot für die Verstorbenen platzen lassen oh, okay heißt das, dass wir dann was heißt das denn? dass wir stärker werden? dass wir Kügelchen! dass wir mehr Leben haben? keine Ahnung zumindest ein Aufstehungsbonus interessant wir können nochmal schauen wenn ich wüsste, wie Fähigkeiten ne das war irgendwie anders das war so so trinke ich so wechsle ich genau so mach ich den Konter so mach ich gar nicht ja doch, ich weiß, was ich mach so schieße ich genau äh so kann ich die Kampfkünste oh, Kampfkünste was war das nochmal? der Wirbelheap richtig muss ich auch dran denken wie komm ich auf meinen weiß jemand noch wie ich auf meinen ach, da komm ich bloß beim Buddha hin stimmt, klar bei meinen Fähigkeitenbaum jetzt uh item guten Tag dat mibu eigentumballon Gott, diese ganzen mibu-Ballons voll Quellwasser getränkt mit dem Segen des Glücks wenn man den grünen Ballon zum Platzen bringt und betet halten alle auf dieses Wasser spritzt eine größere Chance Objekte zu erhalten okay stopp ah ja und jetzt sind wir hier wobei was heißt hier okay da oben jetzt ah ja äh oh das war gerade eben noch versperrt aber okay da sind wir jetzt können wir den einfach so killen nö wieso geht das manchmal aber nicht immer ich verstehe das nicht wirklich oh Gott halt Geld gib mir dein Geld das ist schon nice das gefällt mir schon sehr muss ich sagen Geld danke da oben das Zeug haben wir ja okay okay gut das war nochmal gut äh da muss ich auch dringend dann denken äh das Wasser eben nicht mein Feind ist das ist so unnatürlich links unten hast du über dem Lebensbalken zwei Auferstehungskugeln eine füllt sich beim Ausruhen das andere durchkillen äh ja weiß ich weiß ich aber ich kann sie ja beide nicht äh ich kann sie ja nicht beide gleichzeitig benutzen ne also ich kann beim Boss nicht zwei Kugeln benutzen und da Verstehungsballon erhöht die Auffüllung der ersten ach der ersten Kugel okay ah ja das heißt dass ich aber könnte ich dann da nochmal oder beim Ausruhen das andere beim killen könnte ich dann könnte ich dann wenn ich den Ballon benutze während dem Bosskampf könnte ich dann gleich nochmal äh Auferstehen oder wie ist das dann äh Flugparieren was zur Hölle Mikiri genau so heißt es rennen und gleiten äh möglich aus dem Sprinten heraus in eine gedugte Position zu gleiten laufe durch einen Bereich und rutsche außer Sichtweise täusche gleich die Augen deines Feindes oh beim Sprinten gleiten gleite am Ende deine Sprints und gehe in die Hocke das ist schön du kannst schon äh zwei im Bosskampf benutzen du müsstest nur zwischendurch jemand anderes killen okay na gut das wird schwierig okay zwischendurch ich muss den Todesstoß setzen ah ja okay äh wir hätten wieder einen Punkt ah ja ja gut man kann ja theoretisch rauslaufen ne wollen wir mal gucken gewährt die latente Fähigkeit Shinobi Karma Körper erhöht die maximale Anzahl an Geiste im Leben die du besitzen kannst Geiste im Leben sind äh greifbares Bedauern wer seine Taten bedauert wird von vielen Geiste im Leben heimgesucht Shinobi die viel getötet haben müssen den physischen Tribut dieser Sünden ertragen oh das klingt nicht toll äh Flugparieren mögliche Abwehr oder parieren feindliche Angriffe in der Luft Kanonen und andere Projektierwaffen fügen Zielen in der Luft zusätzlichen Schaden zu diese Technik kann die diesen Schaden verhindern Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen hahaha okay in der Luft kontern das ist cool oder die Präsenzunterdrückung hm zum rauslaufen wenn du aus einem Kampf mit dem Boss komplett verlässt heilt er sich wieder auf okay okay das ist auch gut zu wissen ähm Fangt's an Klinge äh lässt nach dem Einsatz bestimmte Rothesenmodule gleichzeitige Angriffe mit dem Modul und Schwert oder einem Folgeangriff das Modul zu mit der geladenen Axt okay auch schön so ein Doppelangriff oder wir machen die Dings intensiver die Heilung bräuchten wir jetzt im Moment noch nicht würde ich sagen ähm wir machen mal das Rennen und Gleiten das gefällt mir gerade immer eigentlich ganz cool äh ganz gerne ja wobei machen wir das ja komm machen wir mal wir werden ja hoffentlich noch ein paar paar Möglichkeiten haben mal schauen wenn wir jetzt nämlich sprinten und dann ne ach sprinten und dann so okay das ist cool dann sind wir gleich geduckt ja oh das ist sehr sehr schön das ist eine nice Sache okay Anwesen habe ich auch wieder raus das ist auch ziemlich cool auch um rein zu gehen das ist so eine schöne Reichweitenüberbrückung finde ich ja außer wenn man holla jetzt hallo könnte aufhören mich komplett umzukommen und passt es ja nicht mag Rennen und Gleiten ja das ist eine schöne Fähigkeit gefällt mir auch sehr kann man schnell rein und dann schnell raus schupp 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 perfekt wir müssen uns fast bloß schon wieder heilen ich hasse es okay das ist anderes Wasser jetzt ja das ist jetzt weiter oben ich freue mich schon so auf Bosse die wir vielleicht heute noch im Stream sehen auch von mich alles neu ab hier aber in 5 Stunden kommt dann doch bestimmt zu welchen oh ich denke mal gucken wie ich mich anstelle ah da können wir nicht lauschen ah doch können wir lauschen oder nicht nö guck mal was mit deinem Freund passiert okay das ist doch ganz nett das sind gerade eben bloß Gegner die man relativ easy erledigen kann huch ah was wer denn er hat mich nicht ge- oh okay ja schnell ins Wasser ich weiß was hier nachkommt kann mich drauf freuen und ich alle darauf freuen oh Gott ein riesiger Koi oh Schatzkarfenschuppe oh interessant steht ein aufrechter Shinobi an der Kante zwei Meter neben dem und keine Wart bedienen oh ja da steht er halt steht ab und zu da eine glitzerte Schatzkarfenschuppe für den normalen Menschen ist sie nur eine schöne Schuppe es gibt jene die einen bestimmten Meister preisen und für die diese Schuppe zu den wertvollsten Dingen der Welt zählt aus diesem Grund kann es sich lohnen sie zu sammeln oha ich bin nach Secrets der Arme ich weiß nicht der sah teilweise aggro aus keine Ahnung außerdem wir brauchten die Schuppe scheinbar interessant dass wir bloß eine Schuppe von so einem fetten Fisch bekamen so und da unten waren wir ja dann schätze ich mal ich glaube schon ist schon krass wie wir einfach so easy gegen die Strömung schwimmen ne weil es ist jetzt nicht so als wäre das hier stilles Gewässer krasser Kerl ist die einzige schöne Schuppe ah ok das lasse ich sogar als Erklärung zu äh ok hier haben wir schon alles getötet das heißt wir sind hier wieder richtig interessant das heißt das war die kleine Abbiegung es gibt hier halt teilweise so viele Wege und sowas ne zum Beispiel das da oben gibt es auch ja beinah dann halt so ich will da jetzt nicht da drüber da drüben entlang laufen wenn man sonst der Bogenschütze sieht der hat ja schon so ein gewisses Auge auf uns oh oh ja ja danke oh Gott ich dachte ich lande irgendwo oh Gott wie viele Bogenschützen da oben ist noch was es ist da oben noch was wie kann hier noch mehr sein ja lasst mich in Frieden oh Gott ah oh hört auf den Bambus abzuschießen Löschpulver toll ich glaube das Spiel will mir was sagen oh Gott äh hallo na ihr am besten kann ich euch wahrscheinlich nicht nö toll darüber komme ich auch nicht oh da ist ein dicker Kerl auf der Brücke die kommen da aber auch nicht runter das Dreieck bedeutet du schleudest dich darüber ja ok ich bin jetzt schon mal weg äh bis später jetzt werde ich äh mir gleich schön Kriegs essen können oh sehr gut dann guten Appetit Marcel viel Spaß guten Abend du streamst das schon wieder ja klar ich bin etwas in der One-Shot-Stream-Aufnahme stecken geblieben haha es freut mich zu hören oh ähm ich muss dringend wieder ein bisschen reinkommen in die Steuerung das eindeutig ah ja willkommen Elding schön dass du dabei bist ja die die One-Shot-Stream-Aufnahmen sind auch was feines du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich tatsächlich nicht du bist so blind so blind unglaublich ok jetzt ist bloß noch Bogenschützen da dürfen wir uns jetzt halt nicht kombonen lassen und dann klappt das schon ah oh Gott der eine hat noch geschossen das war nicht so gut oh oh du bist erledigt ok wie gut dass wir da unverwundbar sind und du bist auch tot au was als ob du instant geschossen hast fieser Typ ok herrje öl ah ja du siehst gar nicht mal so nett aus gute Frage was machen wir denn mit dir ich nehme mal ein Fläschchen hilft ja nix äh kannst du die Pfeile auch blocken oh das könnte ich also mit dem Ding mit dem Luftblocken ja scheinbar schon äh das sieht nicht so toll aus hi oh Gott natürlich natürlich ist er viel weiter weg als gedacht und der Typ hat einfach den Pfeil durch ihn durchgeschossen interessant aber können die mal probieren das ist genau der Grund warum ich äh nachts nicht gehe äh gern mit Fahrradlampe über die Wiese fahre der hatte ich nicht gesehen weil äh weil seine Fackel so geblendet hat ja gut das ist schon richtig ja wenn die Fackel so direkt vor dir hältst dann siehst du halt wirklich gar nichts außer die Fackel Pfeile kann man blocken okay das ist gut zu wissen das sollte ich mal machen oh oh Gott oh nein er kauft zweimal an oh Gott nein oh Gott hörst du mal auf jetzt das gefällt mir überhaupt nicht ich kann auch blocken ich muss mal diesen Bogenschützen hier erledigen au ich bin so gut wie tot oh Gott das sind noch mehr Leute ja gut der ist ja wir stehen auf hilft ja nichts Gott ich hasse diesen Typen so schwere Angriffe finde ich immer so schwer zu blocken äh mhm Tanaks Flammenrohr oh ja der sollte doch eigentlich anfällig gegenüber Flammen sein oder das ist Amerikas Arsch hey Kuma na du weißt schon was ich sagen will Kuma ja ja alles gut mit dem Bogenschutz macht mir gerade echt noch ein bisschen Probleme ich muss ja wofür war das Öl um Leute schneller anzünden zu können oh Gott halt anfällig anfällig gegenüber Feuer sein platz fangrufen weißt doch keiner was gemeint ist ja trotzdem das ist noch ist noch okay aber kein Schritt weiter okay das war ne ähm ne schade macht keinen Sinn ähm das bringt nicht viel gerade eben ah meine Güte nein ängstliche Dienerin und irgendwer tönt ein gequältes Husten das Husten und Keuchen der alten Frau wie sie mir geliebten Herren sorgt du siehst das Objekt reduziert die Chance göttliche Hilfe zu erhalten ähm wie viel haben wir jetzt noch 13% vor allem ängstliche Dienerin das sagt mir gerade eben nicht mal was wir haben jetzt schon Fäulnis für jemanden bekommen den wir nicht mal getroffen haben glaube ich dann zünd doch den Großen gleich an was glaubst du was ich vorhatte Garuga was glaubst du was ich vorhatte bevor ich dann jämmerlich gestorben bin an den Typen hier das macht immer noch ein bisschen Schaden aber passt schon ah man ah je die Timings von denen na ah so so nein ja ich wusste es ich muss gerade eben wieder mehr blocken blocken und kontern das lief gerade eben alles noch ohne aber jetzt kann ich das vergessen oh tot komm schon trink die Flasche danke okay und der letzte hängt da unten rum na also oh okay ein bisschen besser aber nicht nicht so viel besser das müssen wir gleich noch viel besser machen ängstliche Dienerin die Dame dir die Glocke gegeben hat ah okay ich hätte jetzt bloß als alte Frau bezeichnet aber okay gut gut dann hat die jetzt auch die Follnis doof oh er kommt zu uns ja der andere aber auch hm hier rum war das noch gleich ähm nein ach man wo kommst du denn her gute Frage wo kommt der her ach der ist wahrscheinlich einer von den beiden da unten war das so ja das war so muss jetzt bloß mit ein bisschen besseren Timing laufen okay Gott wie häufig der das einfach macht ne wenn der nö macht ihm ein bisschen Schaden aber mehr auch nicht au dieser Typ gefällt mir überhaupt nicht oh manu äh äh dieser Bogenschütze Gott verdammt nochmal okay herlocken und den Bogenschützen erledigen weil das geht mir richtig auf die Nerven ah man gegenseitig können die sich aber nicht treffen nein das wäre das wäre viel zu leicht so schleichen wir uns hier mal ein bisschen durch wir können die erste Gruppe hier da mal ähm da mal auslassen okay man hat gar keine I-Frames kann das sein oh weiß ich nicht ich glaube nicht das ist das Dark Souls-Syndrom weil wir immer nur ausweichen und langgreifen ja ich glaube nicht dass man I-Frames hat kann ich mich ja eigentlich auch festhalten ne ja bei Todeschlägen klar ansonsten nicht wie sie das ist aber halt auch das wie sie halt instant schießen ne ist halt schon heftig das hier gefällt mir halt noch überhaupt nicht dafür habe ich gerade immer noch keine Strategie da kam ich nicht zum zum Todesstoß bei Todeschlägen warten die Gegner aber auch meistens hatte ich das Gefühl ja generell schon oh hey der Bogenschutz ja du Drecksack ne so ihn anlocken nicht die hinter ihm anlocken wobei es sind auch die Schildträger die gehen ja Wurfsterne ich bin so blöd ja ja genau wenn sie wenn sie noch im Angriff sind dann dann geht es einfach durch das ist halt der Vorteil dran oh Gott also man ist schon unverwundbar währenddessen komplett so jetzt ist halt die große Frage nee dahin ist der Bogenschütze oh Gott gut gut wenn der nicht kommt dann kann ich mich um den kümmern der verliert halt auch keine Stabilität ne den müssen wir wohl auf die normale Art erledigen oh okay dadurch verliert die Stabilität interessant und Todesstoß danke oh Gott oh Gott es ist halt manchmal schon hart hallo na guten Tag du hat er gar kein Symbol mit dem schweren Angriff um sich kann man den etwa auch kontern welcher? jetzt der Dings du kannst eine Weile warten nachdem du stirbst dann verlieren die Gegner Interesse bevor du dich wieder belebst nur mal so als Tipp ja gut klar kann ich schon machen aber generell will ich ja da trotzdem gleich wieder rein okay ich verstehe es ja verstehe es vielleicht auch nicht danke das verdammt also den Dicken kann man komplett kontern alle Angriffe ist ja kein rotes Symbol dabei so wie ich das sehe Dankeschön meine Güte spiel einfach das Spiel ne die Möglichkeiten die ihr an das Spiel geben sind schon dafür da dass man sie auch nutzt okay nachdem wir uns jetzt wieder ein bisschen mit den Möglichkeiten eingefunden haben können wir hier jetzt hoffentlich weitermachen so Schatzkarpfen ist erledigt das heißt wir sammeln das da noch ein Handvoll Asche und können weitermachen bei dem hatte ich hätte ich aber voll den Respekt auf Konto zu gehen ja gut wenn du wenn du es vermasselst dann dann kriegst du halt einen fetten Schlag in die Fresse und das ist halt das Problem aha gut da sind bloß Häuschen da sind ein bisschen noch keine Schätze drin soweit ich das sehe jetzt sind wir auf jeden Fall ganz oben jetzt sind wir auf jeden Fall ganz oben versteckter Tempelschlüssel der Schlüssel zum verborgenen Hirata Tempel ein Geschenk von Uhu äh vom Uhu der geheime Tempel befindet sich ganz hinten im Hirata anwesen der Herr ist absolut verteidige ihn mit deinem Leben wenn er entführt wird bring ihn um jeden Preis zurück dann Entschuldigung. Schade, das war unser Vater. Schade, das war unser Vater. Ah, guck mal, jetzt müssen wir über die Dächer hier gehen. Ja, da brennt auch alles. Nehmen wir hier hin lang. Dead pie, nein. Oh, das wird eng, habe ich das Gefühl. Oh, können wir da drüber laufen? Nö, oder? Okay. Oh Gott. Das ist doch relativ eng, muss ich sagen. Was da oben brennt, den da unten sollen wir nehmen. Ja. Uah. Ja, wir hätten auch über das... Ah, okay, wenn wir runtergefallen wären, hätten wir auch über das Wasser gehen. Ah, warte mal. Jetzt sind wir wieder hier unten. Vielleicht doch nicht der richtige Weg, wobei... Ach, jetzt sollen wir in die Höhle, ne? Weil da wollte ich nämlich eigentlich gerade noch hin. Äh, warte mal, waren wir hier schon? Wäre aber auch zu lustig gewesen. Oh Gott. Bist du ein Axtkämpfer? Ja. Lass mich jetzt mal zwei Sekunden in Ruhe. Danke. Ist ja ätzend hier. Oh. Zack. Oh Gott. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Au. Meine Güte. Ich bin so dämlich. Na gut. So klettere ich auch immerhin ab, nachdem ich einen Berg bestiegen habe. Ja, klar. Ah, Mann. Es ist mir doch so ein gewohnt, Kampfmusik bei normalen Gegnern zu haben. Fühlt sich so gut an. Oh ja. Das ist richtig toll. Ah. Es ist viel mehr mit, äh, mit Kontern arbeiten. Sehr wichtig. Generell wäre das ja... Warte mal, wie bin ich da hingekommen? Von da oben wahrscheinlich. Dummer Bambus. Ach. Danke. Da dachte ich, hätte ich die Super-Strat, ne? Und dann... So was. Toll. Mit Stealth. Ja gut, das war jetzt unnötig. Na egal. Snap that Bambus. Ach nö, ist da jetzt ein Bogenschütze... Aber warte mal. Ich muss jetzt eigentlich bloß darüber. Das ist ja das. Mit einem dicken Typen muss ich mich nicht mehr unbedingt anlegen. Ach, das war da ganz unten. Deswegen. Ja, ja, klar. Äh, na? Sind ihr so? Das war irgendwie nicht so sinnvoll. Na klar, ich kann jetzt aber da runter gehen. Das hätten wir bloß vorher noch nichts gebracht, weil ich da den Schlüssel nicht gehabt hätte. Okay. Gut, gut. Dann machen wir das. Mein Shinobi-Delfin. Oha. Was macht ihr denn hier? Gut, die hätte ich auch schöner töten können. Na egal. Jetzt spielt es gerade eh keine Rolle mehr. Zwei Level haben wir auf jeden Fall. Beinahe drei. Rasten erst mal. Dass die nicht mehr komplett ausrasten. Und dann schauen wir doch mal. Hm, das könnte langsam interessant werden. Bei so vielen Bogenschützen würde ich fast schon das hier nehmen, muss ich sagen. Weil die Bogenschützen damit doch am leichtesten zu erledigen sind. Ich nehme das mal. Um eins? Warte, hat sich das jetzt echt bloß um eins erhöht? Hauch des Lebens Licht stellt nach jedem erfolgreichen Todeschlag Vitalität wieder her. Oh, Todeschläge geben Shinobi die Gelegenheit durchzuatmen. Ein Shinobi kann Körper und Geist durch Atme sogar beim Töten beruhigen. So kann er mehr Feinde töten. Ach krass. Okay, das ist nice. Flug Kampfkunst. Möglich die Ausführung von Kampfkünsten in der Luft. Nice. Wahnsinns-Upgrade. Na ja, gut. Es bringt mehr. Oder es bringt dann noch mehr, da wir ja die anderen dann freischalten können. Genau, und jetzt da hinten hin. Vielleicht doch nicht da. Okay. Wollte gerade sagen, vielleicht doch nicht da hinten hin. Aber das ging in die Richtung. Okay. So, da sind wir wieder. Und einfach leise bleiben. Da hinten ist auch noch einer. Was? Okay. Manchmal doch sehr merkwürdig. Okay. Da ist so ein Schildtyp. Mit dem will ich mich auch nicht unbedingt anlegen. Den haben wir ja schon gelauscht. Ah. Ich hasse es, dass diese Typen da nicht zurückweichen müssen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Na gut. Immerhin habe ich geblockt. Das ist ja eigentlich ein Stoßangriff, aber da habe ich fast schon das Gefühl, dass es nicht so viel bringt, den Mikiri zu benutzen. Dass es einfach doch ein bisschen zu schnell geht. Okay. Aber die Vitalität bei Todesstößen wäre echt schön. Die könnte ich echt gebrauchen. Okay. Und auf in die Höhle. Wie gesagt, das war... Ich dachte, da brennt aber bloß eine Fackel, aber da steht aber einer. Ich glaube, der war genauso überrascht, mich zu sehen, wie ich ihn zu sehen. Ich glaube, der war genauso überrascht, mich zu sehen.